So hier fange ich mal mit Spat an. So hier fange ich 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 an. Oh, da ist jetzt mal ein bisschen was. War doch weniger als ich dachte. So hier fange ich an. 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 Okay. So hier fange ich an. 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 keine gewinnkombination damit. und auch keine gewinnkombination. aber immerhin haben schon mal alle felder frei. mal schauen was jetzt noch passiert. oder sind es am ende doch nur 30 euro. wie eben in den freispiel. na da kommt ja mal was. okay ist doch mal ein bisschen mehr. oh schwer. oh direkt nochmal rein. Schauen wir mal, was er jetzt raushaut hier. Irgendjemand hatte mir mal gesagt, dass Sparta ganz gut läuft. Ich hatte jetzt auch sehr viele Erfolge mit dem Spiel. Das habt ihr ja mitbekommen. Gut, kann natürlich sein, dass es jetzt bei 9 Euro mal bleibt. Aber ja, 10. Oh, gerade noch mal eins gerettet. Und noch mal eins. Wären es 12 Euro am Ende. Ne, 11. Aber wieder einen guten Start mit dem Spiel gehabt. Ah, schade. Oh. Oh. Sobald. Oh. Oh, schade. Oh. Oh, schade. Oh. 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 Ja. Oh. szerat ist... Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, das Spiel lag fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020